Ein christliches Gebet zum Karfreitag. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, hilf! In uns Trauer, Zweifel, Angst. Wir halten Abstand, um andere und uns zu schützen. Sei du uns nahe, treuer Gott. Erbarme dich unser. Das Kreuz deines Sohnes Jesus, der tiefste Ort der Seele, Zeichen des Todes und Zeichen deines Bei-uns-Seins. Niemand ist allein, im Leben und im Sterben nicht. Denn du bist gestorben und du lebst. Amen.